moin leute was geht jetzt wird euer geist heute in diesem video möchte ich euch noch eine klasse vorstellen und zwar ist es meine absolute lieblings mp leute die mp40 die könnt ihr euch auch selber nachbauen die ist richtig op leute aber bevor ich euch zeige wie die klasse geht möchte ich euch noch das gameplay zeigen ist zwar nicht das beste gameplay aber so könnt ihr euch noch mal überblick verschaffen wie die waffe eigentlich so ist falls ihr das ganze überspringen wollt leute in der timeline steht die genaue zeit wann ich mit der klasse anfange ich bin dann noch mal ein bisschen auf die klasse den mann die klasse 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 Was ist das? 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 Was ist das?